jo freunde es ist endlich soweit schalke gegen bremen das top-duell der 2. liga im moment schalke mit 56 punkten mit 54 punkten ich kann euch mal die tabelle noch mal einblenden ja freunde so sieht es momentan aus die situation pauli darmstadt nürnberg hamburg vielleicht noch alle haben chance aufzusteigen mit 57 punkten wenn wir die schaffen heute öffentlich sind wir erster können uns die stadt der ball spitze erobern und haben die besten karten auf jeden fall aufzusteigen ja vorne ich mache mir jetzt auf den weg zu bergern ich hoffe ihr kennt ihn und grüße den ross an daniel er kommt auch mit er ist auch ein bremen fan ich habe mich live gesehen wir sehen uns zum ersten mal das wäre auf jeden fall richtig geiler vlog höffentlich ich hoffe euch gefällt der vlog ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben wo ich als nächstes hingehen soll welches stadion nach köln kann ich auch mal erfahren wird bestimmt auch richtig ist auch eine geile stimmung in köln und hier vorne ich finde auf jeden fall euch viel spaß mit dem vlog und hier vorne wir könnten wir testen auf jeden fall mal die currywurst in schalke wie sie schmeckt ich will jetzt nichts hier falls sie schmecken grüße den rausser moritz ich hoffe die currywurst schmeckt gut hier wird auch fußball gespielt jungs wir sind drin fünf minuten verspätung aber man kennt es machen es denn gleich schon rein ein bisschen in die ach ja die fahle wie Ja! 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 Oh, come on. Jaaa! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.